Hallöchen! Oh, oh, schon wieder oh. Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Mystery. Und heute werden wir den Wald um unser Dorf zimmern. Der hat nämlich einige Tricks und Kniffe, die ich euch heute zeigen möchte, die wir heute machen, damit das Ganze auch wirklich mal Form annimmt. Und wir hatten hier, 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 wir hatten hier noch Eichensetzlinge, damit wir das Ganze ja ein bisschen mischen können. Auch noch ein bisschen Laub können wir auch gebrauchen, das ist sehr gut. Und Steine, na, vielleicht später mal, müssen wir mal gucken, was ich noch sammeln muss, ist Kies, damit wir auf jeden Fall auch so ein bisschen random Boden reinmachen können. Aber legen wir mal ohne Knochenmehl nicht los. Tja, Skelette sind ausverkauft für Knochen, würde ich mal sagen. Hallo? Äh, hallo? Ich kann sie hören. Ah, da ist schon eins. Aber waren hier noch, ne, sind leider keine Knochen mehr drin. Na gut, dann muss ich Knochen sammeln. Ach, schade. Was ist das eigentlich mit diesem, dass die Skelette mal da oben hängen bleiben auf so einem halben Block? So, zurück mit, äh, etwas Knochenmehl. Bin ich jetzt hier und hab mir kurzerhand überlegt, wir könnten doch hier, dieses Wasser, was wir hier haben, könnten wir doch einfach hier irgendwo entlang laufen lassen. Es geht ja immer ein bisschen bergab, ne, das passt ja ganz gut. Und dann hier vielleicht in diese Rille, die wir hier vor unserem Haupthaus haben, also da rein. Und vielleicht hier das Wasser, ne, das können wir ja dann auch noch hier lang laufen lassen. Und schon haben wir so ein richtig schönes Flüsschen durch unseren Wald. Und ich glaube, das machen wir mal als erstes. Und ich glaube, das machen wir mal als erstes. Ui, ist das hell. Die ganze Nacht durchgeackert hier. Also mit dem Fluss, das ging schnell, als ich gedacht hätte, ich hab keinen Tag gebraucht, also keinen Minecraft-Tag. Ne, also nicht mal 20 Minuten. Ging schnell. Und, äh, sieht sehr cool aus. Vor allem, dass das von hier oben dann auch hier rumfließt, nochmal dahin. Das war sehr schön mit dem Höhenunterschied. Aber jetzt können wir mal zum, äh, Bepflanzen kommen. Also zum, zum Bäume machen, ne, zum Gras machen, zum, alles was zum Grün dazugehört. Und ich hatte das hier ja schon gezeigt in der letzten Folge. Aber ich hab auch gesagt, da fehlen noch Eichenholzbäume, ne. Weil die nicht ganz so hoch sind. Die hier so ein bisschen Lückenfüller spielen. Also wenn wir dann zum Beispiel hier machen. Wir machen da mal einen Baum hin. Mal gucken. Hallo. Ja, ne, das ist auch ganz schön. Und dann kann man halt hingehen und kann so ein bisschen, äh, erstmal hier so Knochenmehl verteilen. Ne, das ist einfach so ein bisschen so. Das ist ganz schön. Vielleicht nicht so viel hohes Gras, weil dann hat man wirklich das Gefühl, das ist schon so, so verwildert. Aber so kann man das machen, glaube ich. Und dann noch so, vielleicht hier so, so, so ein bisschen Eichenlaub drumherum verteilen. Dann hier vielleicht noch was. So, dass man hier überall auch noch so ein bisschen Blattwerk oder Büsche bekommt. Und schon kann das Ganze echt ganz gut aussehen. Müssen wir hier nur noch ein paar Bäume hinstellen. Und wenn man möchte, kann man natürlich auch so gefällte Bäume nehmen, ne. Wir können ja zum Beispiel hier vorne, hier können wir zum Beispiel einen hinlegen. Machen wir das mal gerade. Dafür bräuchte ich aber ein bisschen Eichenholz. Okay, wir pflanzen mal gerade einen. So schnell bekommt man ein bisschen Eichenholz zusammen. Achso, warte, das Blümchen, das muss nicht in den Müll wandern. Das können wir noch schnell setzen. So. Äh, und jetzt bräuchte ich noch eine Schere, die ich gerade... Ah, doch, hab ich sogar. Wow, aber wir haben eh Laub. Ist egal. So, und dann können wir hier einfach so machen. Ne. Hier war mal der Baum. Hier liegt er jetzt. Und dann machen wir einfach so eine Krone drumherum. Das geht ganz einfach. So. Hier auch nochmal. So, und dann hier nochmal breiter machen. Fertig. Äh, oben noch. Vielleicht hier noch so. So, und schon liegt hier so ein Eichenbaum, der, äh, ja, gefällt wurde, ne. Eigentlich recht simpel. Aber trotzdem sehr effektiv, gerade für die Deko und Wäldern. Aber ich hätte gerne hier noch so ein, zwei Eichenholzbäume. Äh, äh, ja, einen, ne. Vielleicht hier noch so einen, weil das hier ist noch recht groß, so. So, da noch einen hin machen. Halt immer nur in der Hoffnung, dass die nicht riesig groß werden. Dann müssen wir sie nochmal abreißen, weil dafür ist ja die Schwarz-Eiche da. Aber das ist schon ein sehr cooler Mix, so von Bäumen. Und jetzt machen wir das einfach schichtweise, ne. Das heißt, wir haben jetzt hier Eiche. Hier haben wir Schwarz-Eiche. Das heißt, hier kommt wieder eine normale Eiche, so ein bisschen versetzt hin. Und ein, zwei Schwarz-Eichen dazwischen. Dann wieder hauptsächlich Schwarz-Eiche. Also wirklich immer im Wechsel. Und dann müssen wir halt gucken, wie wir hier unsere Häuser und da unten den Hafenbereich freilassen. Weil das müssen wir ja noch bauen. Und vielleicht den Fluss so ein bisschen freilassen. Also nicht, dass wir hier am Flussrand direkt einen Haufen Bäume setzen, sondern um den Fluss rum so ein bisschen Platz lassen. Das könnte schon sehr cool werden. Ich habe damit begonnen, dass ich die Blumen erstmal eingesammelt habe und habe die so ein bisschen um den Fluss verteilt, weil ich wollte ja ein bisschen Platz lassen zu den Flüsschen. und dann hat man so eine kleine Steigerung. So von Grasblöcken über Blumen, dann über hohes Gras, Laubanordnungen, Eichenholz, Schwarz-Eichenholz. Damit das so einen natürlichen Werdegang nimmt und man halt auch so ein bisschen diese Flusslichtung hat. Danach bin ich übergegangen dazu, die Bäume zu setzen, aber auch erst die Eichenholzbäume und dann die Schwarz-Eiche, weil das Ganze, wie gesagt, von klein an groß gehen soll. Und die Schwarz-Eiche sollte mehr so ein spannendes Akzent in diesem Wald sein. Deswegen habe ich zum Beispiel in der Dorfmitte einen gemacht, der ein bisschen größer ist. Also zwischen diesen drei Häusern habe ich einen gemacht, der ein bisschen größer ist. Ich habe hinten auf dem Hügel, wo später die Brücke von unserem Haus ankommen wird, habe ich einen sehr, sehr großen gemacht. Und so sollte die Schwarz-Eiche halt nicht wirklich so ein massiver, ultradichter Wald werden, sondern mehr so ein bisschen die Lücken füllen und Akzente sein. Und bevor wir uns jetzt mal den Wald anschauen, der in der Timelapse entstanden ist, müssen wir nochmal in den Nether. Und hier, das wirkt ein wenig bedrohlich. Geht weg! Geht weg! Nee, hier ist Krokos verlinktes Portal. Das ist ja schon mal sehr cool. Koko hat ja in der Folge gezeigt, wie man Nether-Portale miteinander verlinkt. Das ist auch sehr cool. Könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn ihr nicht wisst, wie das geht. Also verlinken heißt nur, dass, wenn wir da jetzt reinspringen, kommen wir beim Koko raus und nicht bei uns. Obwohl die Portale so nah beieinander sind. So, wir brauchen noch ein bisschen Glowstone, weil ich würde gerne ein bisschen so Beleuchtung in den Wald machen. Genau genommen in die Baumkronen. Und dafür brauchen wir ein bisschen Glowstone. Also wir brauchen nicht viele, vielleicht so 6, 7, 8 Glowstones. Aber die müssen wir ja schon besorgen. Natürlich könnte man auch Laternen irgendwie in den Wald hängen. Aber ich will die Beleuchtung so ein bisschen passiv haben. Also ich will nicht, dass da so offensichtliche Laternen rumhängen, sondern ich will einfach, dass der Wald ein bisschen leuchtet. Ohne, dass man direkt weiß, wo es herkommt. Und diese passive Beleuchtung, die ist super einfach gemacht, denn wir klettern einfach hoch auf die Bäume und suchen uns irgendwo so eine Ecke, wo wir sagen, hey, das könnte passen. Nicht zu hoch, ne? Wenn wir es jetzt bei so einem dicken Baum ganz oben machen, dann wäre ganz oben auch wirklich total unpassend. Also das würde nicht mehr auffallen. Aber wir könnten zum Beispiel hingehen und machen hier einen Glowstone-Block rein. So. Und das Ganze leuchtet ja auch dadurch. Das heißt, wenn es gleich nachts wird, dann kann man das schon erkennen. Also der Baum gibt schon eine Lichtquelle ab. Keine mega starke, aber er gibt eine ab. Und das ist schon sehr, sehr cool. Das Ganze können wir vielleicht hier auch noch machen. So, einmal hier so rein. Zack. Und vielleicht irgendwo hier drüben noch. Da können wir einfach die Krone entlang laufen. Es sieht aber sehr, sehr cool aus. Okay, in den Schwarzeichenbäumen ist das ganz cool, so weiter oben. Aber hier in den normalen Bäumen, also in den Eichenholzbäumen, so in der Krone ist das nicht so geil, ne? Das sieht so ein bisschen aus wie ein Weihnachtsbaum. Und was unserem Wald zu guter Letzt noch fehlt, sind Blumen. Wir haben ja hier am Fluss entlang schon gesehen. Das sind auf jeden Fall so ein paar Blumen. Und das sieht auch sehr, sehr cool aus, ne? Äh, Spinne. Sieht sehr cool aus. Aber wir, finde ich, brauchen hier drinnen noch ein paar Blumen. Weil hier drinnen ist so ein bisschen Trist. Wobei man sich das schwer vorstellen kann, wenn man sich überlegt, dass hier noch ein Haus hinkommt und da noch ein Haus und da noch ein Haus, ne? Dann ist das ein bisschen schwer, sich vorzustellen. Aber, und natürlich hier unten sollen richtig viele Häuser hin und so ein ganz richtiges Hafengebiet. Aber trotzdem, finde ich, fehlt noch so ein bisschen diese Peine-Dekoration fehlt noch, ne? Es fehlt noch so ein bisschen Holz verteilt. Also vielleicht hier irgendwie noch so ein paar Wurzeln dran. Es fehlen ein paar Knöpfe und ein paar Blumen. Und bei den Blumen müssen wir mal gucken. Wir können das leider bei den Kleinen nicht machen, dass wir die vermehren. Bei den Großen geht das. Deswegen hole ich mir mal ein paar Große. Nur ein paar. Wir brauchen nicht so viele. Wir haben ja hier hinten unsere großen Felder. Und deswegen kann man da einfach hingehen, nimmt sich Knochenmehl und macht Hallo! So, dann kann man das ein bisschen vermehren. Deswegen ist das große Blumenzusammenkriegen super einfach. Bei den Kleinen wird es dann schon ein bisschen aufwendiger, weil da muss man immer wieder Knochenmehl abbauen, Knochenmehl abbauen. Das ist dann so ein bisschen Narv. Aber grundsätzlich sollte es nicht so wild sein, ne? Wenn man ein bisschen schön haben will, muss man auch ein bisschen Zeit investieren. Wer schön sein will, muss gar nicht leiden. Aber Zeit investieren. Da haben wir mal ein Röschen hier hin und vielleicht auch so ein bisschen abseits, ne? Also nicht so direkt an dem Wegesrand oder so, weil das würde wieder die Sicht extrem versperren. Deswegen vielleicht so ein bisschen abseits. Ich will natürlich nicht, dass man da riesig durchgucken kann, ne? Dass das aussieht wie so ein Schweizer Käse, unser Wald. Aber ich will auch jetzt nicht, dass der irgendwie wie so eine Mauer vor uns steht und einfach undurchdringbar ist. Das mag ich nicht. Wir sehen einfach so, hat der Wald schon so ein bisschen was Grünes bekommen, finde ich. Also ein bisschen was Bunter. So Blumen nicht grün, sondern bunt. Ein Wald ist immer grün. Really, Lars. Aber so ein bisschen Farbe mit ein paar Blümchen, das kann ja jetzt nicht schaden, ne? Müssen ja auch nicht extrem viele sein. So, da noch eine vielleicht und vielleicht hier hinten noch eine. So, da so ans Wasser. Äh, wo fehlt noch ein bisschen Rot? Puh, Rot muss man immer sehr vorsichtig setzen, ne? Ich hab... Hallo? Es ist Tag, Mann. Ich hab dir nichts getan. Geh weg. Hallo, was ist mit der kaputt? Ich hab dir gar nichts getan. Dreh die einfach voll durch. Und dabei wollte ich gerade erklären, mit Rot muss man ein bisschen vorsichtig sein. Weil das ist eine sehr, sehr starke und aggressive Farbe. Und da sollte man dann ein bisschen dezenter mit umgehen. So, reicht schon. Jetzt können wir noch ein bisschen Knochenmehl hier verteilen, dass wir hier vielleicht so ein bisschen... So, nur hohes Gras weg. Immer das hohe Gras weg, weil das hohe Gras... Kacke. Das verhunzt sofort den ganzen Wald. Das macht sofort alles einfach unschön, weil alles aussieht wie bei, äh, weiß ich nicht. Bei der Addams Family im Vorgarten oder so. Das hohe Gras gehört in Sumpfgebiete oder weiß ich nicht. Hier so am Fluss hinten kann man das vielleicht machen. Aber ansonsten bin ich echt kein Freund vom hohen Gras. Und hier hab ich die Baugrundstücke schon leer gemacht. Hm, vielleicht hier. Guck mal, hier könnte auf jeden Fall noch was hin. Hier könnte das Ganze so ein bisschen dichter werden, ne? Weil, ich könnte mir vorstellen, dass wir hier diesen Absatz noch grün lassen und dann hier unten wirklich erst das Hafenviertel anfängt. Und dann hat man nämlich ganz einfach, äh, so eine kleine Trennung, sag ich mal, ne? Also man kommt hier natürlich mit so einem Weg durch. Hier ist der Weg. Der wird auch noch aus Stein gemacht. Also er wird noch richtig schicke gemacht. Aber jetzt ist es erstmal so, dass wir ja den Wald machen. Und deswegen können wir hier so ein bisschen übertreiben. Wir müssen dann wahrscheinlich später, wenn wir den Weg und die Häuser bauen und so, müssen wir alles wieder ein bisschen zurechtstutzen. Aber das ist ja nicht schlimm. Das funktioniert ja meistens so, ne? Man muss sich immer anpassen und nicht alles gleich von der Pike auf durchgeplant haben, weil dann sieht es immer sehr komisch aus. Ein ganz einfaches Beispiel dafür ist, die, äh, Städte in der USA sind sehr geplant, sehr schnell gewachsen, wie so ein Schachbrettmuster, ne? Und europäische Städte sind mit der Zeit gewachsen, also nach Bedarf. Deswegen haben wir noch Altstädte in der Mitte und weiß ich nicht. Und das wirkt doch viel, viel schöner, oder? Ja, aber wieder weg vom, äh, Städtekult. Zurück zum Wald. Hier könnten wir noch ein paar Steine vielleicht verteilen. Ja, die habe ich gerade nicht dabei. Und ich finde auch Knöpfe sollte man hier sehr vorsichtig mit sein. Aber, wir können vielleicht noch so ein, zwei kleine, gefallene Bäume dahin machen. Und dann haben wir eigentlich unseren richtig schniegenschönen Wald mit der geilen Nachtbeleuchtung, die einfach mal so ausschaut, fertig. Das ist mega cool. Man kann an ein paar Bäumen, kann man erkennen, hier da oder da kann man erkennen, dass es Glowstone ist, ne, im Blattwerk. Aber es hat einfach schon ein bisschen was Mystisches, wenn man hier so reinkommt, ne? Wir können vielleicht hier noch irgendwie so zwei Laternen aufhängen oder ein Schild hinstellen, damit man weiß, wo man hinkommt. Aber hier, das hat schon so ein bisschen was Mystisches, ne? Das ist echt schick. Also es gefällt mir sehr, sehr gut mit der Beleuchtung so in den Bäumen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir das im ganzen Wald machen. Weil hier drüben ist es jetzt nicht. Aber ich finde, das hat auf jeden Fall schon sehr, sehr cooles Feeling und Atmosphäre. Es wäre vielleicht schlauer gewesen, erst die Häuser zu bauen, weil ich werde da eine ganze Ecke Wald wieder anpassen müssen. Aber egal, sieht geil aus. Und auch mit dem Fluss hier ist das sehr, sehr cool. Die müssen wir vielleicht stellenweise hier zum Beispiel noch ein bisschen breiter machen. Aber es sieht schon sehr, sehr cool aus. Jetzt aber ab ins Bettchen und dann noch... Moment. Das Dorf der Verzweifelten. Sind das etwa unsere Koordinaten? Ich glaube, ich will da gar nicht reingucken. Ich glaube, ich mache das mit dem Koko zusammen, oder? Das Dorf der Verzweifelten. Ja, ich glaube, ich mache das mit dem Koko zusammen. Ich haue mich jetzt hin. Geil. Super Party. Okay, wenn dir das Video gefallen hat und du ein bisschen was lernen konntest zum Wald bauen, dann kannst du es gerne liken. Und falls es noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren und Teil von Team Lars LP werden. Von meiner Seite heißt es nur vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Und schau doch mal beim Koko rein. Der baut auch richtig geile Sachen. Der ist im Dschungel. 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 Okay, das ist ein bisschen creepy. Ich bin raus. Ciao. Mit V.